Wow, die Aussicht, die ist wirklich richtig schön. Da sind wir schon. Für Mittag. Ja, richtig. Wir fangen heute mal hier an. Wir sind am Einer-Express. Und heute steht eine Sache eigentlich nur auf dem Plan. Und zwar ist es der japanische Teegarten, den wir noch mal besuchen wollen. Und vom Rest des Tages lassen wir uns heute einfach mal überraschen. Wir haben uns gerade gewundert, warum hier chinesischer Teegarten draufsteht, weil überall sonst japanischer Teegarten steht. Aber die Erklärung dazu ist simpel und logisch. 1903 wurde hier der japanische Garten hingebaut, um einfach die Stadt ein bisschen schöner zu machen. Man hat dafür extra einen japanischen Architekten engagiert, der hier die japanischen Pflanzen importiert hat und schön angerichtet. 1941 wurde die USA ja durch Japan angegriffen mit dem Pearl Harbor Angriff. Und es war auch zu der Zeit, wo sämtliche Japaner hier in der USA eingesperrt wurden, halt weil die USA und Japan im Krieg standen. Und auch dieser Teegarten wurde umbenannt in den chinesischen Teegarten, damit es halt keine offensichtliche Verbindung mehr zwischen Japan und der USA gibt. Erst 1983 wurde dieser Teegarten wieder zurück umbenannt in den japanischen Teegarten, um all denjenigen Japanern auch zu würdigen, die ihr Leben gelassen haben auf der amerikanischen Seite als amerikanische Bürger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mio ist gerade im Fotorausch und versucht, eine Blume scharf zu stellen. Guck mal. Hat geklappt? Oh, beautiful! Alles mit dem Handy, soweit ist die Technik heutzutage schon. Unglaublich. Ich weiß nicht mal wie die Blüte heißt. Also, japanischen Garten haben wir jetzt abgehakt soweit und es war richtig schön, kann man sagen, auch wenn nichts so wirklich geblüht hat, ich glaube, wenn es blüht, dann ist es noch viel schöner, aber es war auch so und so wirklich, wirklich richtig schön. Die Kaulkarpfen waren total cool. Ich konnte ein bisschen meine Fotoarbeitstechnik erweitern. Genau. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wir können ja mal die Besten jetzt einblenden. Nee. Doch. Ach doch. Wir sind hier schon wieder beim Starbucks gelanden und ich bin gerade beim Schneiden und ich muss sagen, bei dem Video von gestern, ich bin gerade dabei, mich ein bisschen in das Video zu verlieben und ein paar neue Effekte auszuprobieren. Ihr müsst mal drauf achten. Auf jeden Fall sollten die Szenen ein bisschen stabiler sein in dem Video von gestern und die Nachtszenen habe ich ein bisschen aufgehellt. Ja, dann ist jetzt nichts Dickes und nichts super Besonderes, aber ich stecke Liebe rein. Ich melde mich so an die Videos. Nein. Nein, das stimmt nicht. Wie läuft's? Mio versucht gerade, Bilder auf die Festplatte zu ziehen. Das Kabel hat einen Wackelkontakt. Ich hab mich auch gemacht. Das ist der Moment, wo ihr wächst. Es ist so kalt. Es ist so kalt. Es zieht, glaube ich, gerade eine Front raus. Ich bin gerade dabei, Essen zu machen. Es zieht, glaube ich, gerade eine Front raus. Ja, Gewitterfront. Es wird kälter. Wes hat das auch schon gesagt in Houston, dass über das Wochenende die Temperaturen ein wenig einknicken sollen hier. Und ich zeige euch das mal draußen. Ich hoffe, oh ja, ich hab die Tür vergessen, ob zuzumachen. Mir friert. Ich hoffe, die Nacht wird einigermaßen okay. Aber da hab ich eigentlich gar keine Sorgen dabei. Ja, schauen. Heute gibt es... Suppe. Keine Ahnung, was für eine Suppe? Äh, sowas wie Hühnerbrühe. Hühnerbrühe. Alles klar, das war es auf jeden Fall von unserem Tag mal wieder. Oh Gott, der Sturm heult schon total. Ja, mal gucken. Seid gespannt, ob wir die Nacht überleben. Wir sind es. Macht's gut. Bye. Tschüss. Oh Gott, was ist das? Oh Gott, Patrick. Oh Gott, Patrick. Nee, irgendwie nicht.